Welcome back, weiter geht's. Du musst die jungen Dame da die Tür aufmachen. Willkommen zu Episode... Nummer... ...6 glaube ich. 6 oder 2. Okay. Ach, nicht. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Okay, das ist glaube ich, ohne dass ich etwas verrate, ein Hauptcharakter. Ist ja im Cover drauf. Aber dann bleibe ich. Ich glaube, Ally heißt die oder so. Das ist unsere einzige Chance. 11. Wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Hm. Wer bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaub, dass ich keine gute Idee bei ihm. Ja, Ally. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe. Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Hm. Nein. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt gehen wir mit ihm. Halt dich ran. Und du? Komm her. Gehen wir. Oh, ich hab Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Ja. Ah. Ah. Okay. Ah. 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 ahl. Ah. Warte Okay Ein bisschen Soccer-Bahn spielen Why not Nö, Jump Okay Kommt sie da rauf Hallo Mädel Gib Stoff Sollte ich Nein, geht nicht Ich hab eine da drückt Ja, ähm Kommt sie oder nicht? Muss ich hier da rauf helfen oder wie? Tch Na, wahrscheinlich beamt sie sich gleich rauf oder so Sie ist wahrscheinlich oben Na, nicht einmal Tch Na, gut Schmuggelt ihr Sachen durch? Ja Auf Illegales? Manchmal Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein Pfff Kein lukratives Geschäfte anscheinend Hm Hm Bist du zwölf? Sie kannte meine Mutter Und sie kümmert sich um mich Und ich bin 14 Auch wenn das absolut nicht wichtig ist Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot Schon sehr lange Oh Und anstatt zur Schule zu gehen Haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies Probieren wir es Hey Ich kann dir nicht sagen warum du mich schmuggelst wenn du daraus hinaus willst Okay, geht das Cool, dafür liegt da eine Patrona in der Luft jetzt Ich bin ehrlich zu sein Interessiert es mich einen Scheiß was du vorhast Okay Gut Pfff Nettermann Obwohl ich noch 20 Jahre Apokalypse Druck mir mal ein Auge zu Da ist mir nicht mehr ganz so gut gelaunt wahrscheinlich Und dazu mit einem Promillespiegel von 0,0 wahrscheinlich Möchtet ihr wissen was die da trinken Benzin wahrscheinlich oder irgend sowas Oder schnüffeln sie wahrscheinlich Hier ist es Ein schönes Liebesnächst Was soll das denn werden? Zeit totschlagen Oh Und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher dir fällt irgendwas ein Ich bin sicher dir fällt irgendwas ein Hm Ah Da sieht man schön seine Uhr hat schon zwei Löcher Und er hat trotzdem neue Erinnerungen glaube ich Cool Na ja lass uns mal schlafen Den Bären Bärschen möchte ich sagen Ja Du redest wenn du schläfst Ich hasse Albträume Ja Cooler Regen Ja Neu Wasser haben sie gut drauf Bei Naughty Dog Da war ich angeschaut Drei schon irre So nah war ich noch nie dran An der Grenze Beim Meer Und wie dunkel es ist Ja 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 Verdammte Soldaten Wie geht's Malin? Sie schafft es Ich hab die Ware gesehen Es ist viel Wollen wir Okay Ja Dann los Na ja Oh verdammt cool Bis tut jemand das schaut gut aus Unglaublich genial Wahnsinn Ich könnte stundenlang dastehen Und an der Regen zuschauen Geil Na ja gut weiter Komisch dass sie uns die Arbeit überlassen Marleen wollte es selbst machen Wir waren nicht erste Wahl Sicher nicht mal die zweite Ah da geht's weiter Ich hab viele Leute verloren Da blieb ihr nichts übrig Ja hoffentlich lebt noch einer der uns bezahlt Da wird schon jemand sein Sonst prügel ich das Geld aus ihm raus Mit meinem Stock Bin ich gespannt auf die ersten ähm Zombies Beziehungsweise Infizierten Beziehungsweise Infizierten oder so Das wird glaub ich ziemlich lässig werden Ähm Brumm 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 Pfff Na schau geht ja Fürst weh Wer wartet am Treffpunkt Sie meinte da wären Feuerfleisch Die aus einer anderen Stadt sind Das Mädchen muss wichtig sein Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art Governor Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant Liefern wir dich in ein paar Stunden ab Geil gemacht Musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben Ja Sicher Ja Ja Mann Klettern Ich glaub da kommt jetzt irgendwann eine Szene Weil ich bin jetzt kurz davor Wo ich aufgehört hab Naja das ist eh das glaube ich Wo wir Da bin ich glaube ich 15 mal gestorben Oder so Mal schauen wie oft ich jetzt stirb Komm Kleine Sei vorsichtig Dieser Regen ist nicht gut für uns So nicht Ach du Scheiße Boah ich kann eh wieder mit dem Ocean Mit dem Board Ah schaut schon gut aus Wahnsinn Ja Tja Wieso ist der Regen nicht gut für ihn? Versteh ich nicht ganz Wird man da infiziert oder was? Keine Ahnung Ähm Na ja müssen wir da lang Hier geht's lang Ja Okay Irgendwo kommt da jetzt Militär Ja Hm 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 Siehe es doch mal so, dass ihr könnte sich richtig lohnen. Verstell. Ich hab genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Alter! Schießen auf ein Kind, hey, das ist so schräg. Ohne mit der Wimper zum Zucken. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Wie hat's das gemacht eigentlich, dass sie nicht infiziert, oder? Oh, scheiße. Okay, doch. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Dass sie ja lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Tess. Lauf! 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 Lauf, komm! Lauf! 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 Bleib von dem Lichter! Okay, okay. Äh... Okay... Die Frage ist... Kann man die herabschießen oder nicht? Oder zählt sich das aus? Das ist sehr blödsinn. Puh... Ähm... Okay, wir müssen da um mich, denke ich mal. Lauf! Okay... Siehst du irgendwas? Ich bin klein. SPRING! So weit, so gut. Dann brauchen wir eine Runde wieder. Wo sind sie denn, meine Kompanions? Also, okay. Pfff... Sie sind eh schneller als ich. Okay... Und jetzt? Da ist was, glaube ich. Super. Äh... Ich habe keine Ahnung, was man selber bauen kann. Ich glaube, Verbauenskästen und Messer. Die sind, glaube ich, ganz wichtig. Die Messer... Entweder für einen... Instant-Kill bei den Menschen... Oah... Aber ich weiß aber nicht, wie es bei den... Ich glaube, bei den Zombies, die kann man teilweise mit einem Messer killen oder so. Darum spal ich mir die lieber auf. Pass, ich brauche es für was anderes. Ich kann welche hören. Ah, shit. Ja, jetzt fang zu an. Genau, das war das, ja. Hiiii... Da kommen wir in den Ende. Okay. Ich sehe dich, aber du willst mich nicht. Ich habe sie gesehen. Naja... Klicker. Klicker, genau. Das sind die ersten Zombies. Puh... Okay... Da ist eh nichts mehr, oder? Obwohl wir das Bedürfnis, dass ich alles ganz genau absuche, aber... Ich glaube, da liegt eh wirklich nicht so viel mehr rum. Nein, hörst du. Darf ich da vorbei, oder wie? Schaut es noch aus? Mädels... Ich bin der Alpha-Mann da. Herr Zakrament! Okay... Hier können wir durch. Das nehme ich natürlich noch mit, ne? Geheimnisse sind meine Spezialität. Klebeband... Ducktape... Gut. Nächstes Tor, nächste Runde. Wir sehen uns gleich in den nächsten Folgen. Bis gleich.